Und dann am Rückgrat sozusagen drehst du das Messer nach rechts, nimm es einfach, nimm es einfach, wir müssen jetzt genau so schrattern, genau, so, jetzt bist du richtig, jetzt tue es einfach sozusagen am Rückgrat, genau, draufbleiben, genau, das Schrattern sind die Gräten, die du durchschneidest, genau, genau, und dann machen wir dann einen Schnitt drauf noch, so. Und es liegt jetzt nicht so sehr daran, ob man jetzt geschickte Hände oder sonst was hat, sondern es liegt eigentlich daran, ob wir diesen Schnitt gut setzen, den Schnitt wieder das Du setzen, wir gemeinsam, ja, genau, und das ist eigentlich, das ist eigentlich, also das heißt, wir versuchen gemeinsam mit dir diese Stelle zu finden, die eben auch optimal funktionieren sollte, weil jeder funktioniert auch optimal. Das ist eigentlich das Kritischste und es passiert auch mir, dass ich mich da vertue, oder? Ja, schneid's nochmal da rein und die drüber, die damit nichts treatment richtig, sehr gut. Und einfach mal mal einen Schnitt nicht immer lang. Ja, genau, passt, super, stopp. Wir sehen uns beim nächsten Mal.